Was ist eigentlich Raytracing? Die Frage stellst du dir wahrscheinlich, wenn du mein Video aufgerufen hast. Ich versuche es dir so detailreich und kurz wie möglich zu erklären, also bleib dran. Raytracing ist eine Technik, die in der Computergrafik verwendet wird, um realistische Bilder zu erzeugen. Dabei werden Strahlen von Licht simuliert, die von einer Lichtquelle ausgehen und auf Objekte treffen, bevor sie dann in die Kamera reflektiert oder durch sie hindurch gestrahlt werden. Raytracing berechnet die Farbe jedes Pixels eines Bildes, indem es den Weg des Lichts von der Lichtquelle zum Pixel verfolgt. Dabei berücksichtigt es Reflektionen, Brechungen und Schattenwürfe, um ein realistisches Bild zu erzeugen. Im Gegensatz zu anderen Techniken wie der Rasterisierung, die eine Annäherung an die Lichtsimulation verwenden, ist Raytracing mathematisch genauer und erzeugt daher realistischere Bilder. Raytracing wird oft in der Filmindustrie und in der Spieleentwicklung verwendet, um fotorealistische Bilder und Animationen zu erzeugen. Es erfordert jedoch viel Rechenleistung, weshalb es oft auf leistungsstarken Computern oder spezialisierten Renderfarmen ausgeführt wird. Bei Raytracing muss ich zum Beispiel auch immer so an Pfützen in Spielen denken, wo sich dann halt zum Beispiel bestimmte Gegenstände in der Nähe spiegeln oder auch bei Wasserflächen. Wenn da Häuser zum Beispiel am Ufer stehen, dann wird das darin auch reflektiert. Und ja, im Hintergrund seht ihr auch ein kleines Video von Nvidia, wo eben Raytracing quasi vorgestellt wird und nochmal dargestellt wird. Und ja, das ist eigentlich Raytracing. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, über einen Kommentar und ein Abo freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde auf jeden Fall nochmal so ein paar Gaming-Technik-Videos machen. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!